Hey Marius, wie ist es? Ich bin gut, danke. Und du? Top, danke. Hast du jemals in einem so schönen, tollen, coolen und außergewöhnlichen Stadion gespielt? Nein, ich habe in einigen tollen Stadion gespielt. Ich habe in einigen internationalen Spiel gespielt, aber zu dieser fantastischen Welt in Serena ist etwas Neues für mich. Und das auch noch ohne Rasen? Hast du jemals eine Arena ohne das grüne Spielfeld gesehen? Das ist ja hier unser Wohnzimmer, unser Zuhause. Wie sollte dein Traumhaus aussehen? Nein, für heute ist es mein Haus. Ich würde sagen, hier zu sein. Aber außerhalb wäre es ein gutes Haus, wo ich meine Familie und alles haben kann. Aber ich denke, das ist ein fantastisches Haus für ein Klub. Wie sagt man im hohen Norden auf Norwegisch eigentlich Königsblau? Blau-Weiß ist hier natürlich deutlich beliebter als Schwarz-Gelb. Ist ja auch schöner, oder? Much better. Hauptsache nicht im Flur oder in deinem Wohnzimmer. Welche Farbe hat die Tapete in deinem Schlafzimmer? Oh, mein Schlafzimmer ist jetzt in dem Hotel, also ich erinnere nicht die Farbe in dem Hotel. Aber du weißt, dass du nach Hause hättest du einige, das heißt, die Erde Farbe in Osk. Aber ja, es wird ein bisschen blau sein. Das blau ist eigentlich der Farbe, der du schreitst. Hier hörst du schon alle Fans jubeln und schreien. Was macht dieser Spielertunnel mit dir? Es macht mich, dass es sehr cool ist. Ich fühle mich, dass es ein Memorial für die Schlafzimmern war, die ein Erfolg haben und Gelsenkirchen so eine große Stadt gemacht haben. Und die Fans für diesen fantastischen Klub gemacht haben. Es ist toll, dass sie diesen Platz haben, wie eine Erinnerung, aus dem Platz gehen, um uns auch zu erinnern, was wir kämpfen haben. Gegen Kiel warst du schon dabei? Wie nervös warst du, als du auf den Platz gekommen bist? Ging dir da etwas die Pumpe? Eigentlich nicht zu nervös. Ich war mehr glücklich und enthousiastisch, dass ich meine ersten Minuten zu bekommen habe. Ich war sehr fokussiert auf, was kommt. Und das Einzige war, dass wir nicht mehr Menschen spielen konnten. Wie speziell war es, das Team von The Special One mit 6 zu 1 zu besiegen? Es war verrückt. Es war so lustig. 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 Ich habe viele Klubs gefragt, wie ich als Bossmann-Spieler bin. Aber es war so lustig, dass ich vorhin von Schalke interessiert war. Es war für mich eine fantastische Möglichkeit, für einen guten Klub zu spielen. Und auch die Herausforderung, die hier liegen, weil der Klub nicht wo wir sein wollen wollen. Ich hoffe, dass ich hier sein kann und es passieren kann. Ich habe es nicht zu viel gesehen, aber mit der Autobahn und alles ist es so einfach, um sich herum zu gehen. Für mich ist es großartig, dass ich so viele Pläne so schnell gehen kann. Ich denke, es scheint ein guter Ort zu gehen. Natürlich gibt es viele verschiedene Stadt und Pläne, wo man zu gehen kann. Hier sind die Pläne und die Pläne, die wir hier haben, sind großartig. Ja, es ist ein großartiges Ort. Es war fantastisch, hier auf dem Spieltag zu kommen. Und wir konnten unsere Pläne sehen, mit unseren Namen anzunehmen. Es ist so viel größer, als ich es war, aber, ja. Nicht hier. Ich präpe manchmal mein Haar vor dem Spiel, aber ich mache es meistens im Hotel, bevor wir hier kommen. Also, während ich hier, in der Dressing Room bin, sind es mehr Spieltage-Things. Welches Ritual hast du auf jeden Fall vor dem Spiel in der Kabine unbedingt zu erledigen? Ich habe nur die Aktivation, wie ich das Aktivation-Programm mache. Außer das ist nichts zu speziell. Und welche App öffnest du nach dem Spiel auf jeden Fall als erstes auf deinem Handy? Egal Snapchat oder SofaScore, um alle die Ergebnisse zu sehen. Danke, Marius. Glück auf! Danke. Glück auf! Und wieder auf.